Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verkleiden. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verkleidet, verkleidete, hat verkleidet. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verkleide. Du verkleidest. Er verkleidet. Wir verkleiden. Ihr verkleidet. Sie verkleiden. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verkleidete. Du verkleidetest. Er verkleidete. Wir verkleideten. Ihr verkleidetet. Sie verkleideten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verkleidet. Du hast verkleidet. Er hat verkleidet. Wir haben verkleidet. Wir haben verkleidet. Ihr habt verkleidet. Sie haben verkleidet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verkleide. Du verkleidest. Er verkleide. Wir verkleiden. Ihr verkleidet. Sie verkleidet. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verkleidete. Du verkleidetest. Er verkleidete. Wir verkleidete. Ihr verkleidetet. Sie verkleideten. Den Schluss macht der Imperativ. Verkleidet du. Verkleiden wir. Verkleidet ihr. Verkleiden sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verkleiden. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Verkleiden wir Ten projects. Vor Hani fragezzen. Jetzt. Verkleiden wirson. Werden wir uns aufnöp arrivé. Verkleiden wir. Willkommen bei mir? Verkleiden wir können euch für dich zu erst ribs chose.